Hallo. Das sieht aus, als hättet ihr einen wunderschönen, flotten Dreier gehabt hier. Nein, das hat sie gerade nicht gesagt. Ich würde sowas niemals sagen. Das wäre ja schändlich. So. Was wollte ich holen? Ich wollte nur ein Schema kaufen. Rote Beete 2. Jetzt wäre ich fast ohne die zwei roten Beete losgegangen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Rote Beete-Samen. Zwei. Ist auch teuer genug, ey. Mal ganz im Ernst. Ist auch teuer genug. Ich bin so froh, dass dieses eine Dorf richtig nah dran ist und wir für das nicht so weit laufen müssen. Das wäre nämlich echt nervig. Hallo, Benedikt. Ich glaube, ich bestelle mir gleich Essen. Habt ihr schon gegessen heute? Baumfeld. Leider, nein, ja, Frühstück, jopp, jopp. Schaschlik mit Reis, oh. Seelachsfilet mit Kartoffeln. Das klingt alles so geil. Das klingt alles so geil. Das klingt alles richtig gut. So, jetzt fehlen da nur noch Bretter. Nice. Jetzt fehlen da nur noch Bretter für alles. Dann haben wir jetzt hier nochmal rote Beete. Geil. Dann ist das auch abgeschlossen. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir... Ähm, schon genug Bretter haben für unseren Geschmack. Ja, easy. Nur tragen muss ich es halt auch können. Hat Pia wieder Marzipan? Nee, ich hab den aufgefressen. Vegan, das können Blöw und Rügen weiter zum Mittag probiert. Fazit kann man essen. Oh. Oh, geil. Geil, geil, geil. Freut mich, dass es schmeckt. Ich würde gerne... Ich hab meine Stöcke weggepackt. Dabei hätte ich die gebraucht, um das abzuschließen. Ich brauche auch gleich noch mehr Essen. Also im Spiel. Sechs, fünf, vier, drei, zwei... Ui, da war der Hammer weg. Gut, dass wir noch einen gemacht haben vorhin. Sonst hätte ich mich jetzt mega geärgert. Hallo Jan. Hallo Maxillian und hallo Ari. Okay. Und jetzt hämmern wir. Und wir hämmern. Und wir hämmern. Und wir hämmern. Und hämmern. Und hämmern. Und hämmern. Und hämmern. So ein bisschen ein Stöckchen aufheben. Und damit müsste ich den hinten auch fertig bekommen, glaube ich. Ja. Geil. Dann ist das nämlich auch gleich done. Schön. Wir müssen halt neue Leute dazu holen. Wieder. Und ich habe hier, glaube ich, auch noch keine... Ja. Ich habe da auch noch kein Dingster-Boomster benannt. Das ist jetzt der Schmiedeweg sieben. Dann wäre das hier der Schmiedeweg acht. Nee. Schmiedeweg neun. Schmiedeweg neun wäre das. Das heißt, der Schweinebauer wohnt beim Schmiedeweg neun. Haben wir uns das auch gemerkt, hoffe ich. Oh, ich könnte auch Fleisch verkaufen gehen. Davon haben wir auch richtig viel. Um genauer zu sein, viel zu viel gerade. Ich meine, das ist geil. Dafür, für gekochtes Fleisch kriege ich auch richtig viel. Leckt das gerade nur bei dir? Äh, also bei mir leckt es nicht gerade. Der neuerische Gott, der Ungeduld, heißt Hammersbald. Wow. Oh Gott, nein. Nein. Ich will das nicht. Und jetzt imagine, ich müsste 350 Stück Fleisch einzeln kochen. Ich bin schon froh, dass wir das rausgenommen haben. Da wäre ich einfach ausgerastet, glaube ich. Die andere Frage, die sich mir jetzt gerade noch stellt. Genau, wir haben jetzt noch Herstellung hier. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit den Federn? Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Das ist alles fertig. Da fehlt noch eins. Das macht das Safe heute noch fertig. Ich habe halt noch 30 Dünger. Und ich könnte mit 30 Dünger theoretisch gesehen noch ein Kohlfeld planen. Das wäre halt jetzt sehr ambitioniert, weil dann hätte ich halt noch ein Feld. Und für dieses Feld müsste ich auch Steuern zahlen. Nee, 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 wir haben viel Flax. Wir haben sehr, sehr viel Flax. Ich kann mir nicht mehr Flax leisten. Kohl ist deswegen nochmal quasi im Gespräch, weil wir die Kohlsamen schon haben. Das heißt, wir könnten noch Weizen oder noch Kohl machen. Wir könnten auch noch viel mehr Weizen anbauen, weil aus Weizen kann ich Mehl machen. Und dann kann ich alles, was ich quasi nicht zu Tierfutter verarbeite, könnte ich zu Mehl verarbeiten und könnte Mehl als Zwischenprodukt verkaufen, bis wir eine Mühle haben, weil ich dafür sicher auch Kohle bekomme. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich für Mehl mehr Geld bekomme als für einzelne Kohlköpfe, oder? Für Bier brauche ich auch noch länger. War das nicht auch noch so? Nee, oder war Roggen das, woraus wir Mehl machen? Ich habe halt ultra viel angebaut, um Tierfutter dann herstellen zu können. Und ich kann halt noch gar nicht sagen, wie viel ich davon brauche. Stroh habe ich des Todes. Also Stroh habe ich, ich habe letztens ein bisschen mehr Stroh gesammelt. Ich war vielleicht ein bisschen strohwütig in der letzten Folge. Ja, ja, ich weiß, dass ich das alles zu Mehl machen kann, aber wenn ich das alles zum, ach so. Ich habe gerade gefragt, ich bin dumm. Das heißt, ich kann Roggen und Weizen zum Ding machen kann. Wofür kriege ich denn mehr Geld? Für Mehl oder für Tierfutter? Tierfutter safe. Echt? Ist Mehl nicht auch etwas, was so richtig teuer gewesen ist damals? Hallo, Kleppi. Entschuldigung. Nein, die schlafen schon. Oh nein. Ich habe zu lang gebraucht. Wachknüppeln. Ich glaube, das funktioniert nicht. Scheiße. Aber das auch, die sind nicht interessiert, mit dir zu sprechen. Was für eine Frechheit. Ich will hier handeln. Geht man so mit potenziellen Handlungspartnern um? Ich bin extra einfach dahin gelaufen und jetzt will die ja nicht mehr mit mir reden, sondern schlafen. Was soll das denn? Absolute Frechheit. Sauerei. Ich sage es euch. Eine absolute Sauerei. Fast wie im echten Leben. Hallo, Buffy. Ich muss Essen bestellen. Ich habe Hunger. Und hallo, Mick. Aber erst mal muss ich den Dude da. Nein, den da. Nein, der hat glaube ich auch nicht mehr genug Geld, um alles zu bezahlen. Gehen wir zu ihr. Hallo. Ja, die hat Geld. Geil. See you soon. Geil. Bisschen Geld gemacht gerade. Hallo, Butzi. Wir können halt schlafen, wenn du offline bist. So nämlich. Das sehe ich genauso. Dankeschön, Quaggy, für den Prime. Willkommen bei den für immer vierten. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, vorhin hast du darüber geredet, dass du deinen Nachbarn nicht schnafen lässt. Ja gut, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt. Ich fühle mich, als würde das jetzt gegen mich verwendet werden. Das finde ich jetzt nicht nett. Das finde ich jetzt nicht nett. In welchem Jahr bin ich denn? Ich bin im Jahr. Drei. Hallo, Dai-Chan. Ich sollte mich auch mal waschen gehen, glaube ich. Ich stink schon ein bisschen. Ich möchte mich auch mal waschen. Wie geht es eigentlich meinen Hühnern? Der Druck ist auch bald leer. Süßis. Und wo ist der Hahn? Bin ich blind? Ah, hier. Sießis. Ah, schon wieder Schleichsimulator. Schon wieder Schleichsimulator. Wo ist Kalle? Der ist im Büro. Der ist im Büro. Ach so, du meinst das den Hahn. Loll. Lasst uns nicht drüber reden. Lasst uns nicht drüber reden, dass du den Hahn meintest. Ups. Ist deine Pause vorbei? Ja, er streamt wieder. Ja, ja, er streamt wieder. Ja, ja, er streamt wieder. Ja, er streamt wieder. üm Okay, das sieht sehr, sehr schief aus so. Wir haben die neue Näherei freigeschalten, es ist sehr cool tatsächlich. Musik 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 Jawohl. Musik Das ist so ein bisschen ein angehobenes Gatter. Musik Dankeschön, Clay Concept, vielen lieben Dank. Wieso hämmern wir plötzlich so schnell? Musik Ach, weil wir ja diesen Skill haben jetzt, dass das Hämmern schneller und effizienter geht. Das hatte ich voll vergessen, dass wir uns den Skill jetzt geholt haben und es damit ein ein bisschen schneller ein bisschen schneller geht. Voll verpennt. Er ist jetzt ultra motiviert beim Hämmern. Ah, das sieht auch ganz hübsch aus eigentlich. Und ich hätte da jetzt halt gern, aber die kosten alle so viel. die ganzen optischen Schemas kosten alle so viel so. Wer kann sich das leisten? Hä, was für Hindernisse? Das sind doch gar keine Hindernisse. Das sind doch gar keine Hindernisse. Liebe, das ist alles noch zu viel des Guten. Warum ist das so teuer? 500. Like, wer kann sich das leisten? Ich hab dafür einfach noch kein Geld. Also ich würd voll gern, aber ich hab dafür kein Geld. Blumentopf aus Stein. Das wär halt auch total schön. Blumentopf aus Holz. Das klingt alles so schön, aber ich hab einfach keine Kohle dafür. Ich kann mir das einfach noch nicht leisten gerade. Ist voll sad, aber ist nicht. Ich hab mir noch ein paar Stöcke, damit wir das schnell fertig machen hier. Gut. Dann haben wir das auch. Ach, und hier hinten fehlt allgemein denn der ganze Zaun hier ist auch noch nicht fertig, ne? Dann brauchen wir auch noch mehr Stöcke. Einfach hier ein paar Zweige sammeln. Dann wird das schon. Und eigentlich wollte ich noch ein Kohlfeld basteln. Eigentlich war das die finale Idee gerade. Hä, warum hungern meine Leute? Was ist da gerade los? Irgendwas ist schon wieder ausgegangen gerade. Kann ich mir gleich angucken. Ich hab gar keinen Bock mich da gerade drum zu kümmern. Irgendwas ist auf jeden Fall gerade wieder ausgegangen. Ach, scheiße, Mann. Die ganze Zeit hier. So. Guts. Was? Oh. Okay. Dann hab ich jetzt zumindest einen Grund, um dort hin zu gehen. BAM! BAM 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 BAM. BAM 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 BAM. Was fehlt denn? Ach, keine Zwiebeln näher, na? Also ich müsste dir jetzt gekochtes Fleisch essen lassen eigentlich, weil wir haben keine Zwiebeln und kein Kohl und gar nichts mehr. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wir haben es halt jetzt, oh nein, tatsächlich geschafft, unsere ganzen Gemüsesachen aufzubrauchen. Und jetzt können, wir haben nichts mehr, was ich verkochen kann. Irritiert mich auch, um ehrlich zu sein. Wir dürfen auch kein gekochtes Fleisch essen. Ich glaube, das ist auch so ein großer Öschio, den wir gerade haben. Wir könnten auch einfach Haferbrei herstellen. Damit würde ich die auch satt bekommen. Theoretisch. Wir könnten Weißbrot auch schon herstellen, theoretisch. Wir könnten auch Weißbrot herstellen, theoretisch gesehen. Roggenbrei, hast du noch so viel Roggen? Ja. Aber ein bisschen zu viel Roggen. Womit lösen wir es? Ich habe halt Angst, dass ich mir das dann komplett zerschieße mit dem Roggen für mein Tierfutter. Davor habe ich so ein bisschen Angst, dass ich das jetzt dann komplett verfütter. Und wenn ich das dann erstmal komplett verfüttert habe, dann ist halt scheißen. Wie viel brauche ich denn für Tierfutter? Geh mal bitte hier weg. Okay, also ich brauche... ...fünf Weizenkorn für zehn Mehl, theoretisch gesehen. Und wie viel Weizen haben wir? Also ich brauche Weizenkorn. Weizenkorn. Ähm, habe ich jetzt gerade... Frühling auf Herbst. Ich habe jetzt gerade Weizenkorn gedinkt. Das heißt, ich kann... ...das hier lernen. Und dann kann ich theoretisch gesehen... ...das Weizen nehmen. ...und dann... ...du bist im Weg. Und dann bist du hier im Weg. ...und dann bist du hier undsama ...und dann bist du hier Person, dann bist du reist... ...und dann bin ich schon hier oben. Jadi glaube ich, jetzt kann ich es passieren. Und dann geh mal weg Nein, geh weg Okay, und dann lernen wir Ah, ich brauch gar kein Mehl Ich brauch ja gar kein Mehl Gut, wissen wir es auch mal wieder Ja, das war nicht so smart Das war nicht so smart So, und das andere, was wir jetzt haben wollten War Was hatte ich denn jetzt erlaubt? Was wollte ich denn jetzt herstellen? Was ich gelernt habe? Roggenbrei Okay, und dann darf die Dann darf die Küche Wo ist sie denn? Küche Darf dann jetzt hier Roggenbrei herstellen Und gucken, ob das was wird Ja, ja, ich hatte ausgestellt, dass die gebratenes Fleisch essen dürfen Ja, ja, ja Weil ich wollte, dass die glücklichser sind Und geileres Essen haben So Mach mal Geh mal bitte hier weg Geh mal Geh mal bitte hier weg Geh mal Geh mal bitte hier weg Dankeschön Ich hab halt nicht genug, um Brot zu lernen Ich hab nur nicht Ich hab für nichts davon genug Dafür bräuchte ich auch noch viel mehr Also ich hab Mehl halt für nichts gelernt Eigentlich gerade Schade Schade Aber ich kann meine Eier nehmen Und ich kann mein Mehl nehmen Und das verkaufen gehen Und Geld machen Und dann kaufe ich mir ein Schwein Wenn wir es jetzt schon gemacht haben Dann machen wir das jetzt richtig Äh, auf nach Tutki Ich schau mal, ob ich vorne noch was mitnehmen kann Dankeschön, Honig Maud für den Prime Willkommen bei den Eumeln Vielen lieben Dank für den Support Dankeschön für noch einen Vielen, vielen lieben Dank Du kannst ja Rührei kochen, oder? Rührei Wo wäre das denn? Das könnte ich machen Yo, geil Danke für den Hinweis Dann kann ich Rührei verkaufen Das hab ich voll vergessen Dass es die Das auch noch gibt Äh Ich brauch dafür Jetzt hab ich vergessen Brauch ich Schalen oder Schüsseln dafür? Hm Geil Erstmal Rühreier kochen Sexy Was bekommt man so von Schweinen? Kann man die nur schlachten Oder bringen die auch was anderes? Dung Die sind vor allem deswegen viel wert Weil sie Dung bringen Ich glaub zum Schlachten Ist das gar nicht zwangsweise worth it Weil Also ich glaub zum Schlachten Ist das gar nicht zwangsweise worth it Weil die halt relativ lange brauchen Bis die auch erwachsen werden Und so weiter Ähm Aber für Dung Und das Dung Dung brauchst du halt wirklich für alles Also wirklich für alles Kucki Wenn du dich in deiner Nachricht Schon selber fürs Bexiten entschuldigst Warum machst du es dann? Warum machst du nicht dich und mich glücklich Und lässt es einfach weg? Dann muss ich mich nicht ärgern Dass du es machst Obwohl du offensichtlich weißt Dass ich es nicht will Und du musst dich nicht entschuldigen Ist ein Win-Win für beide Und in dem Dung Kannst du die züchten Und ausgewachsene Tiere Gehen für 1200 weg Ihr greift schon wieder Viel zu viel vor Meine Freunde Wir sind noch gar nicht da Lassen wir doch noch ein bisschen Diese Vorfreude darauf Was bald kommen wird Und was wir noch nicht haben Ihr seid schon wieder Viel zu weit voraus So Das Problem ist diese Brücke Ich labere an dieser Brücke Kommen wir nicht vorbei Naja mir lieber Wenn du dich über mich aufregst Dass wenn du dich nachher darüber aufregst Dass deine Materialien knapp werden Ich will die Tipps nicht Das ist jetzt das letzte Mal Dass ich das sage Das nächste Mal fliegst du Ich möchte die Tipps nicht Ich möchte gerne selber Dieses Spiel spielen Es geht nicht darum Was dir lieber ist Es geht darum Dass ich die Tipps nicht haben möchte Fertig Hallo der Tator Ich brauche das Spiel ja nicht mehr spielen Wenn ich mir von dem Chat Alles vorab sagen lasse Ich ärgere mich dann darüber Aber dafür spiele ich das Spiel doch Dann brauche ich es ja nicht spielen Sonst kann ich auch einfach nur Ein Tutorial lesen Und das runter Also ich kann dann einfach nur Wie macht man das auf YouTube eingeben Und dann einfach per Anleitung spielen Dann brauche ich das Spiel nicht mehr spielen Ja Nitro Das ist ein bisschen ärgerlich Wenn die Dörfer so weit weg sind Ich habe halt das Glück Ich habe einen Dorf Das ist echt unmittelbar in der Nähe Und obwohl das eine Dorf So ultra nah ist Ärgere ich mich trotzdem regelmäßig darüber Wie weit sie weg ist Ich freue mich schon Wenn wir später einen Esel haben Ich glaube ich bin falsch Ich glaube hier haben die Rinder und Esel Und keine Schweine Aber ich werde die gleich fragen Wo ich hin muss Da kann man ja eh nachfragen Ich muss nur Die Händlerin finden Weil ich denen da was verkaufen möchte Oder dem Händler Jawohl Wie viel kriege ich denn für das Mehl 665 Und gebackseated wurde auch noch falsch Noch schöner So Wo finde ich Bauernhoftiere Schweine In Rollnika Wo ist denn Rollnika Ach dann ist das hier direkt daneben Dann passt das eh Dann können wir aber hier noch gucken Ob hier vielleicht eine Person ist Die wir Haben wollen Haben die hier überhaupt Ne Müh Hallo Myla Die kann man nicht mal kaufen Die liebe Myla Mal oben gucken Vielleicht haben sie dort noch jemanden für uns Es ist einfach immer so übergriffig Sachen zu erklären Nachdem man nicht gefragt hat Sowohl im echten Leben Als auch digital Ist doch wirklich nicht so schwer Das einfach zu lassen Es ist wirklich schade Dass Leute das nicht verstehen Ja Es ist halt Ich finde es halt super schade Ich bin gestern einmal rund um die Map gelaufen Von Dorf zu Dorf Weil ich vergessen hatte Wo meine zukünftige Frau saß Ich bin so froh Dass ich für solche Sachen Dann doch hin und wieder Meinen Stream habe Und der für mich denkt Danke für den Mojo Dankeschön Mojo Für die 200 Bits Vielen lieben Dank Oh lol Noch mal ein bisschen mehr Mehl gefunden Und Dung Schön Sorry Leute Das war laut Das wird aber auch gleich ein bisschen knapp werden Mit dem Hunger Danke Chat Das wird auch gleich ein bisschen knapp werden Mit dem Hunger Mit dem nach Hause laufen Wir müssen uns um ein ordentliches Werkzeug kümmern Jetzt sobald wir die Schweine haben Das wollte ich unbedingt noch machen Das hatte ich ja gesagt Die Schweine machen wir noch Hallo Gott Zweitegg Und danach kümmern wir uns um besseres Werkzeug Weil das ist dieses dauernde Steinwerkzeug Ist halt Katastrophe Hallo Schwein Hallo Schwein Hallo Schwein Hallo Ferkel Sind wir bereit? Ja Ja Da Nimm alles was ich mit habe Weil ich muss jetzt noch was zum Essen kaufen Und dafür brauche ich also für die Schweine Und ich habe da nicht dran gedacht Also ich habe dran gedacht Aber ich Habe es ignoriert Deswegen verkaufe ich dir da jetzt einfach noch Sachen Die semi viel wert sind Damit ich genug habe Um jetzt auch noch hier schnell Ein bisschen mehr Äh Nein 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 Ich brauche Tierfutter Hast du kein Tierfutter für mich? Hast du kein Tierfutter für mich? Krass Doch da Ich bin einfach nur blind Das ist halt nicht viel Wir müssen aber auch nur ein bisschen Also wir müssen eigentlich auch nur drüber kommen Ähm Bis wir Wir müssen auch nur drüber kommen Bis wir Das nächste Mal selber ernten Oh Und ich muss nochmal Gucken ob wir da oben noch jemanden mitnehmen können Du bist scheiße Du bist auch scheiße Na super Das ist ja Weltklasse Extra in den Ort gelaufen Und die können alle nix Jut Dreck Aber wir haben jetzt Babyferkel Und das ist Ziemlich Ziemlich cool So Ich gehe ganz schnell Pipi machen Und laufe währenddessen In diese Richtung Das wird schon nicht schief gehen Dann Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die sind so süß. Und morgen überlegen wir uns Namen. Morgen überlegen wir uns Namen. Dankeschön, Nitro. Vielen lieben Dank für den Sub und Dankeschön, also für den verschenkten Sub. Und Dankeschön, wertiger Eumel. Vielen, vielen lieben Dank auch an dich. Dankeschön für die sieben verschenkten Subs. Und willkommen an alle neun. Und hallo, mai kommen sie. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Bis später, der Tador. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Rudi ist ein süßer Name. Und Dankeschön, Eumelino, für die 600 Bits. Und danke für die 100 Bits. Rosi und Rudi, das finde ich ultra cute. Rosi und Rudi finde ich actually ultra cute. Das machen wir. Gibt es einen Grund, warum du da drin stehst, Frieda? Und danke nochmal, ihr lieben Bingenden Subs. Dankeschön, Dankeschön. Dann hatten wir überlegt, noch ein Feld anzuplanen. Aber wohin? Weil wir haben ja noch, wir hatten ja geguckt, wir haben ja noch mehr, wir haben ja noch Kohl. Wir haben noch 31 Dünger. Ähm. Und wir haben noch 48 Kohlsamen. Das heißt, wir könnten noch ein 30-Slot-Feld machen. Fünf mal sechs. Theoretisch gesehen. Ein fünf mal sechs Feld mit Kohl. Aber wohin? Wohin ist die Frage. Olga wollte ich auch nehmen eigentlich, ne? Ja, da muss das erste Baby-Olga heißen. Da müsst ihr mich dran erinnern. Wohin mache ich noch ein Feld? Hallo Uni Panda. Ich habe halt keinen Platz mehr für Felder. Also ich kann nur die andere Seite weiter vollknallen. Aber meine Scheune beschwert sich eh schon, dass sie nicht rankommt. Was für ein leeres Feld. Da ist nix leer. Ja, es ist alles schon angeseht. Ich kann maximal da drüben weitermachen. Hallo Dawn. Hallo Avocon. Und hallo Monster Crafter. Hier bin ich. Ich glaube, ich werde eine zweite Scheune bauen. Ich glaube, ich werde eine zweite Scheune bauen. Meine Leute hungern schon. Das ist nicht so gut gerade. Da ist nicht so gut gerade. Hallo Momo. Ich bin der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 yoga spielt mit zehn tagen pro jahreszeit jawohl das hast du richtig mitbekommen das hast du richtig mitbekommen speichern speichern das tatsächlich das ist ein guter tipp das vergesse ich nämlich tatsächlich andauer ich will halt eigentlich gar nicht dass die nur von gebratenem fleisch leben ich will eigentlich dass die nur die gekochten sachen essen aber wir haben sie aufgebraucht und das ist ein bisschen schade aber wir können es gerade nicht ändern ein 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 ein